Willkommen zurück und guck mal was ich gerade feststelle. Hier überall irgendwie angegriffen und zerstört leicht. Ähm, gut. Sammler. Ja, sammeln. Sammelt mal unten nach. Ich hoffe, der kommt mir nicht zum Verhängnis. Ich werde mal speichern. Gut, und jetzt, wie wichtig ist, wir haben ein Spionageflugzeug. Wir haben unsere Einheiten relativ nahe dran. Wir können sogar bis hierhin schießen. Wollen wir kurz was sehen? Ah, gut. Gut, 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 gut. Ah, verdammt. Fährt doch nicht so weit nach oben. Jawohl. Können wir mal kurz hier angreifen. So. Sehr schön. Ja, genau. Einsatz gespeichert. Und, ähm, genau. So greifen wir jetzt an. Frontal. Einfach schon die Kraftwerke. Könnt ihr hier mal unten den angreifen? Einfach mal hier unten. Bitte. Irgendein. Los. Hier. Ja, so schön. Und das hier. Ja, ist gut so. Macht er gut. Kannst auch gerne hier nach oben gehen. So, was ist jetzt wieder bereit? Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber wir haben Ressourcen gerade ordentlich bekommen. Das freut mich doch. Können wir hier angreifen. Damit wir Flugzeuge hier hielt schicken können ohne Probleme. Gut, wollen sie nicht angreifen. Jetzt müssen wir direkt in den Bunker daneben angreifen. Gut, zerstörtes Kraftwerk. Ist auch nicht schlimm. Bestätigt. Bestätigt. Komm schon. Genau so. Einfach mal sagen. Äh, mach nochmal so. Ziel wählen. Verstandten sind eingetroffen. So schön. So gefällt es mir doch. Sehr schön. Einsatz gespeichert. Ja, Sir. Sehr gern. In Ordnung. Jawohl. Ja, Sir. Können gern nochmal, äh, noch ein weiterer Kanonenboog bauen. Kreuzer. Ja, Sir. Ja, und. Ja, Sir. Und je nachdem, wir werden mal hier die schöne Stromversorgung zerstören und dann werden wir mal gleich das Spionageflugzeug schicken. Ach, das ist ein guter Mann. In Ordnung. Und hier haben wir noch zig Marien-Einheiten, wie ich das sehe. Einheit bereit. Gut, die können wir mit eigenem Marien-Einheiten zerstören oder mit Lufteinheiten. Wie sieht es eigentlich aus? Ja, Sir. Joa, ist gut. Wähl eins zum Einsatz. Ja, Sir. Ja, und der ist die Schubilenschießen, keine Ahnung, aber. Welt in Ordnung. Ja, Sir. Ja, Sir. So. Ob es jetzt schon rausreicht? Ich bin ja mal gespannt. Ziel wählen. Warte wirklich noch, bis es zerstört wurde. Ziel wählen. So, mal gucken. Ob der eiserne Vorhang jetzt für uns verschwunden ist. Ja. Hier unten ist ein Teil. Können wir das gleiche angreifen oder? Äh, Bauhof. Ist immer gut. Wenn wir den erstmal zerstören, dann können die so schnell was nachbauen. Glaube ich zumindest. Da habe ich nämlich vorhin schon gesehen, dass der Bauhof das bewusstlichste ist. Ja, was ist das Stimme noch? Machen wir die eisernen Vorhänge hier nach und nach kaputt. So, gut, dass wir jetzt hier den Link haben, ist blöd, aber können wir erstmal nix machen. Können wir mal Luftstrike dagegen machen, Airstrike. Und hier haben wir noch drei Dinger, drei Schattengeneratoren. Äh, ja. Ich hoffe, die fliegen einigermaßen ordentlich. So. Gut, und ihr könnt die töten hier. So. Ja. Gucken wir mal hier lang. Wurde der jetzt schon wieder angesprochen? Da. Ja, ist kein Problem für uns. Finde ich persönlich zumindest. Ist wieder was. Ach, hier sind mobile. Die komischen mobilen Dinger. Wir können hier aber auch durch. Wir können hier mal durchbrechen. Kurz die Brücke kaputt machen. In Ordnung. Bestätigt. Dann fahren wir einfach durch. Kein Problem. Dauert aber zu lange, dass wir so rübergehen. Würde ich mal fast vorschlagen, wir suchen uns mal hier einen schön spaßigen, spaßige Möglichkeit aus. Ja, das ist alles ein bisschen blöd. Das dauert dann halt zu lange hier jetzt. Äh. Einsatz gespeichert. Oder können wir mal kurz ein Spiel, finde ich kurz kurz hochmachen. Vielleicht ist es so ganz schwierig. So, jetzt sind wir hier durch. Und Bomben, hier rein. Hier kommt ihr alle her. Drei. Sehr schön. Du ich mit euch. Ja, greif den an, mein Weg. Ja, greif den an, mein Weg. Bestätigt. In Ordnung. Ja, so, in Ordnung. Hm. So, Spionageflugzeug ist bereit. Ja, hier oben hin. Speichern. Zulik. Ich bin mal kurz hier angreifen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Spielsteuerung. Kurz, äh. Zurück machen. Oh. Äh, ha, 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 hallo. Ja, Sir. Kommt mal her. Äh, ha. Erwartet ihr Befehle bestätigt. Jetzt soll mal schauen. So. Verstärkungen sind eingetroffen. In Ordnung. Können wir nämlich damit ganz gut angreifen. Melde mich in Ordnung, Loll. In Ordnung. So, ich hoffe nur nicht, dass die jetzt zu nah ran fahren. Bestätigt. Bestätigt. Das weh, kann man wie groß reichweite. In Ordnung. Ja, klar. Ich sage nicht, dass die zu nah ran fahren und machen die... Uh. Gehe Einsatzfahrzeug. Jetzt greift er an. Bestätigt. Äh, ha, 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 ha. Melde mich in Ordnung. Gut. Oder auch nicht. Ja, Sir. Sofort. Ein, die hast in Ordnung. Und dann durch. Ah, damn it. Hier bleiben. Und gerade hat sich wieder aufgehangen. Äh, wo haben wir eigentlich gespeichert? Gute Frage. Äh, bis gleich. So, hier sind wir wieder. Ja. Ähm, hier unten habe ich noch nie angerufen. Hier oben ist auch noch alles Picobello und, äh, muss hier noch alles versichten. Ja, genau hier war das ja. Ähm, wir müssen alle mal hier hin. Und dann hier hinten auf dem Pampunker. Nochmal die T-Schickle einfach nicht lang. So, jetzt kommen wir jetzt hinzu. Das war ein bisschen Treffen hier. Und dann müssen wir mal schauen. Genau, genau. Und auch hier. Obwohl ich ein bisschen was erledigen kann. Äh. So, wir haben sie auch zerstört. Kommt ihr hier ran. Sehr schön. Und hier. Sehr schön. Hier könnt ihr auch gerne hinschießen. Ja, das habt ihr gut gemacht. Habt ihr schon was gefunden? Ziel wählen. Ja, sehr. Komm, 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 komm. Bestätigt. Nicht ausreichend. Reicht nicht aus. Ne, bringt mir nichts. Unser Stützpunkt wird angegriffen. In Ordnung. Wo wird der jetzt angegriffen? Hä? Ich verstehe euch nicht. Einsatz gespeichert. So, und ihr kommt mal hier runter. Ihr greift mal hier an. Hier haben wir sowas, ob ich beeilen kann. Oh Gott. Ja, Sir. In Ordnung. Und ich weiß nicht, wo wir wieder Einheiten verloren haben. Melde mich hier zu holen. Ja, Sir. Sofort. So, was müsst ihr mir auch nur sagen, wenn ich die Einheit verliere. Oh Gott, ich kann ihm doch nicht erraten. Ja, Sir. Bestätigt. So, hier, das komische, stämliche, mobile. So, halt, den haben wir auch zerstört. Also ich denke mal, nächste Mission wäre, äh, nächsten Part wäre, was wir auf jeden Fall geschafft haben, die Mission. So, dann schicke ich euch hin. Und hier hin. Ja, mit Flugzeugen könnt ihr mich gerne angreifen. Ja, mit Flugzeugen könnt ihr mich gerne angreifen. Bestätigt. Sofort. Sofort. So, es zerstört diesen dämlichen, genau, mobile, mobile Teil hier. Einmal hoch hier. Sehr schön, Angriff. Oh, jetzt hier rauf. Ja, meinetwegen. Wo habe ich, will ich den Dauerteinheiten? So oben, oder was? Na, Hubschrauber fast zerstört. Gleich, 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 gleich. Nein. Mail ihm natürlich. Ja. In Ordnung, sofort. Einer in Verlust. Ah. Hat's noch ausgehalten? Ich weiß es nicht. Komm schon, 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 komm schon. Na los. Täusche mich nicht. Ziel weg. Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt. Probieren wir es gleich mal hier. Mit Radikal-Mitte. Speichern wir mal. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Und. Seid eigentlich alle hier unten hin. Kommt hier hin, meinetwegen. Wenn ich hier dauernd eine höhere Einheit verstört oder vernichtet, das ist dann für mich auch ein bisschen blöd. Aber. Bestätigt. Bestätigt. Ja, Sir, in Ordnung. Komm schon, werden wir schon vernichten. Aber wie gesagt, nächste Folge erst. Ein bisschen Concentration muss halt sein. Und dann können wir auch mit dem Panzer mal Richtung Norden fahren. Auch wenn es alles vermied ist, ein bisschen von da aus die Basis noch zusätzlich angreifen. Das sind doch ganz schön viele Parts für die Mission. Aber, äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.